Jo, was geht? Heute mit Kolumbien! Und ja, da fangen wir dann nochmal an mit Ospinia! Dann kommen wir zum LFM, müsste das, dürfte es glaube ich sein, oder LV. Ja, Kolumbien hat einen Team of the Season bekommen, nicht sogar zwei, einmal Jackson Martin ist einfach mal krank, kranke Werte einfach. Das ist der Beste von diesem Most, Siegnes, oder wie die auch heißen. Ah ja, dann kommen wir mal zum LV, das ist Amero, der spielt jetzt bei, nee, nee, Pereira haben wir dann, und Olaf, also Pereira spielt, nein, Omero spielt jetzt bei, als links Mittelfeldspieler. Dann kommt Guadrado, den kennt ihr ja auch, der ist jetzt zurzeit im Team of the League, dann haben wir Guarín und natürlich Torres, der ja zum Sternesgleis. Dann kommen wir zu Mingar, zu Mingar, ich verstehe nicht warum ne Napoli 2 LM braucht, aber ja, dann haben wir noch Ibabo und Adrian Ramos. Dann kommen wir zuerst das Spiel, heute kommt ihr dann auch noch die, ja, in der Halbzeit kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, in der Halbzeit der Euro League, kommt dann die griechische WM-Folge. Und ja, der mit, ja, mein ich ein Scheißdienst, aber er bekommt natürlich mit Benteke die erste Chance. Aber er macht, ne, tut mir leid, Benteke, er macht, ne. Aber da kommt Ibabo, Ibabo, uh. Ja. Aber es war anscheinend noch nicht alles. Er kämpft zurück auf Ramos, Ramos auf Ibabo, Ibabo. Benteke, 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 aber leider nicht getroffen für, also eigentlich ist der gut für uns, dass Benteke nicht getroffen hat. Aber, da hält der mal wieder unser Kiebel. Aber was macht denn der da? Ja, da hat's doch geklimpelt, aber ja, das ist jetzt auch egal. Da kommt einfach mal Basagi, der schießt einfach mal, das ist ja Kilometer weiter, ne, aber ich musste mal reinnehmen, weil man ja nicht so viel ist. Aber jetzt kommt erstmal Ramos, Ramos auf Ibabo. Ibabo, 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 Torres auf Ibabo. Ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp, richtig knapp, richtig knapp. Und da kommt der Bass, was macht denn da? Was macht denn da Ramos, mein Gott? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das ist doch katastrophal, richtig katastrophal. Aber da, endlich jetzt, vielleicht, nein, das gibt's so nicht. Elf Meter. Elf Meter. Elf Meter. Elf Meter. Nein, es gibt den, gelbe Kattel. Und, ja, klar, der ist foul, der zieht, eindeutig, und die Babo schießt. Oh ja, es kann ja dann fast gar nicht, kann ja nur was werden. Oh, wir reden da bitte mit ihm schi- Oh, aber nein, lieber Guren, lasst nochmal, ihr schießen. Oh, der trifft, der trifft, der trifft, der Blät, den Kasten. Der Ball, den Kasten, 1 zu 0,8 zu 0. um um und umgelaufen er nach mal hätten wir das gibt ja wirklich der vorweg nur kundig mal noch eine zweite schmiede 1 2 den verkauf man glaube ich ganz klar aber wenn die baulein schließt dann ist es klar wenn die baulein und er schießt eigentlich riecht dich gar nicht schnell an oh haben wir schon gesehen und jetzt hat er zu tun oh ne der gommels mehr da kommen ist aber ja ja komm einfach mal mit Tore ist aber da unterstehende mal das 1 zu 0 da hast du da ein Ramos der Ramos steht da mal dort und da macht er das Ding auch dran ein Wunderspiel einfach ein Ohr da haben wir dann 1 0 wollen das war ich ja und das hat halt dann das Tor gemacht und dann haben wir es gemacht also ein Mann auf dem Weg das war zu sagen oh tebes, Polo, Pogbaar, Vidale, Ayabat, eh Hamdamovic Ogbona, Chilene oh da kommt Ibabo und ganz knapp richtig genug und er gehört und er hat mich auch mal richtig in der Hallen immerhin aber Rund Kornelbaden aber er soll kommt wieder all die Gäste nur schuldig war die Lüge der Gegner wieder nur geliebt nach dem Schlag aber er konnte man gut erlaubiert werden auch auf mich und wird Nö die und wenn der Gegner über über da war er die Natur und an der Gegner in Baru hat nach dem Bauern mit Sender zu bekommen und Gegner mit dem Glück aber genau perfekt perfekt einfach mal ich will den auch wenn ich hier oben auf den grünen oder flankerei der flankerei das ist 3 zu 1 zu 3 zu 1 durch die linie aber ja ich hab ein bisschen bedürftet aber da dürfen wir dann auch nochmal schießen und der Ball war im Kasten der Ball war im Kasten jawohl endlich aber da kommen wir nochmal in der 90. Minute da ist es 3-2-3 ja jawohl ja das wars dann von uns